Auf geht's zur Jubiläumspunktigammer Musikanten-Ski-WM. Feiern Sie mit uns gemeinsam unseren 25. Geburtstag mit guter Musik und bei besten Schneeverhältnissen vom 30. März bis zum 3. April 2016 in Schladling-Rohrmoos in der Steiermark. Es erwartet Sie, das Eröffnungs-Openair in der Rohrmooser Erlebniswelt, Hüttenzauber mit Musikgruppen in sämtlichen Skihüten und als Highlight das Winterfestival im geheizten Festzelt.